Ok, Freunde, nachdem wir dich zu uns bekommen haben, geht es nun weiter, und zwar... Puh, lass uns mal kurz nach unten, denn da ist ja noch jemand... Ah, wir können von hier aus gar nicht mehr runter... Ah, stopp, stopp, von hier irgendwie runter... Ja, tatsächlich, ach so, ah... Ob wir so diesen Brückenbauer bekommen haben, weiß nicht, aber vielleicht bekommen wir ihn von da irgendwo... Sollen wir mal unten komplett alles leer räumen... Ah, ja, ok, ok, zur Not können wir Schieb holen... Oh! Was?! Aus mit dir, ciao! Genau das! King Bublin und what weiß ich... Von The Legend of Zeldurino... Twilight Princess sollte das gewesen sein... Twilight Princess fand ich geil, noch möchte es sein... Ohlala, Leute, mal kommen wir runter, Schrimps... Ah, ja, da sind die Treppen... Ok, das ist klar... Ohlee, Schlimmsten! Oh, jetzt ist ja wohl Hunger auf Schrimps... Hm... Krack, raus damit... Anyway... Ja, ich bin bereit... Ja, ich bin bereit... Wohin? Ja, wohin? Ja, wohin? Ja, ich bin bereit... Ohlala... Ohlala... Ah... Ich bin bereit... Tschudi! Tschudi! Lol, die anhält mich! Mouse...mower sharp...like a katana und meint es wie ein Laserschöp Moment Bssst 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 Mauer Die Arme Bssst Okay Mauer Job Like a Katana Schatten Nein, das bleibt genau das Dankeschön, ciao So, oh je, hi, ciao So, wir waren hier runter Dankeschön, ciao Und hier genau das Kommen wir hier runter Dankeschön Guck mal, vielleicht Irgendein Geist von mir Kann vielleicht das freistatten Bewohner Schau dir mal den da an, wie der da runter luckt Oh, die Stones. Olé. Olé. Wer steht es? Die drei Musketiere von Smash. Olé. Okay, Simon. Board Court und Barstorino. Let's go. Was ist denn das für eine Stage? Ah, oben links steht die Musik dran. Am Anfang. Olé. Die können auch nur etwas smashen. Hey, seid ihr Brückenbau oder was? Hey! Junge, was? Hört auf zu bocken, mit mir zu smashen, Junge. Junge, spielst du mich? Geht zu deinen Freunden. Wenn das die Brückenbau war, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Die hier. Könnt ihr die Brücke da unten retten, bitte? Sonst habe ich euch sinnlos geholt. Könnt ihr das, bitte? Junge? Ja, genau das. Sehr schön. Wer ist da, was schätzt ihr? Was schätzt ihr, wer ist da? Ah, da unten links ist auch irgendwas. Hey, warte mal. Ah, da kann ich auch mittlerweile schon... Ah! Nein. Nein, ich habe mich gespeichert. Nein, bitte nein. Nein. Oh, mein Herz. Oh, mein Gott. Skarabon! Oh, mein Gott. Ich dachte gerade, ich habe mich gespeichert. Es geht, der Boden, bla bla bla. Komm her, Bowser. Machst du auf Skarabon oder was? In deiner blauen Farbe. Was? Was? Komm hoch, komm hoch. Und wieder runter. Und... Und... Was ist mit dir? Skarabon! Skarabon finde ich richtig cool. Skarabon ist ein geiles Pokémon. Ich finde Skarabon richtig cool. Skarabon ist ein bisschen mehr jetzt an. Okay. Guck mal, alles an. Huh? Keiner weiß. Okay. Fine. Oh, mein Gott. Die Musik. Skyward Sword. Ich bekomme Gänsehaut. Eins der geilsten Spiele, die ich hier gespielt habe. Skyward Sword. Oh, mein Gott. Ballad of the Goddess. Oh, mein Gott. Ballad of the Goddess. Oh, geil, geil. Skyward Sword. Oh, mein Gott. Skyward Sword ist richtig geil. Boah. Das ist ein geiles Flash-Experte. Unkel wie das zu uns? Nee, Musik bekommen wir. Okay, nice. Jetzt, Freunde. Was sagt ihr, welch Star? Oh, nee. Die Bergbauer. Meow. Äh, Brückenbauer. Gelb, Orca, irgendwas. Komisches aussieht. Okay. Ich weiß nicht, wer Didi-Kong vielleicht befreien, wie Didi-Kong war. Oh, Junge, ich weiß auch nicht so recht. Die smashen aber auch ein Button. Kann ich aber auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, jetzt bin ich gespannt. Opsa. Controller, bleib hier. Wohin gehst du? Jetzt bin ich gespannt. Kasper, ne, Rosen. Oh, mein Gott. Wir müssen den Kid noch... Okay. Nevermind. Kid! Sturmwarnung. Oh, je. Ja, wir sind auch so aus, als... ... würde ich beim Golfen jemanden stören. Oh, mein Gott. Hallo. Nein. Haha. Hahaha. Wie krank. Wie krank ist das? So, jetzt aber. Wem befreien wir denn da? Wem befreien wir denn da? Punch-Out. Ringrichter. Okay, ja, ciao. Und? Au. Okay. Pummelow. 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 Gib mir ne Wolle komm. Die Frage komm. Und... Brilliant! Cristiano Ronaldo, what the move? What the place? Look at his... Oh, my God. Look at the move of Cristiano Ronaldo. He's still on the ball. He has the ball. Ronaldo. Oh, my God. Oh. 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 Genau das. Pummelow. Lange, ciao. Pummelow sollte man nicht unterschätzen, Freunde. Ohne Spaß. Ah, okay. Aber jetzt will ich gerne mal nach unten, weil da können wir auch jemanden befreien, ne? Abgesehen von Shikyashikon wird's auch noch. Shinombo. Geile Musik. Geile Musik. Yu-Gi-Oh! Like. Boss 1. Hana Samurai. Ah, die machen auch Samurai. Okay. Bei der Mucke würde ich auch auch Samurai machen. Aber pass mal auf. Meow. Okay. Oh, nee, okay. Alright. Rabbit Mario. Was? Hat jemand vorhin das Spiel mal gespielt mit Rabbids? Mit den Rabbids? Ich nicht ohne Spaß. Der Gegner startet mit einer Laserknarre. Guck mal Mario an. USA Mario mit Laserknarre. Mit Ohren. Der will's heute wissen. Der will's eigentlich. USA. Junge, was USA? Komm nach FFM. Und bleib. Raus mit dir. So läuft das in Frankfurt ab. Keine Ahnung. Alright. 3D Land Donut Block. Pidi. Ah, da waren wir noch gar nicht verloren. Oh. Wir waren rechts noch gar nicht. Ich glaube, auf jeden Fall die Kämpfe unten noch befreien. Und vielleicht kann... Ja, vielleicht... Na, nee, da können wir noch nicht hin. Davos. Davos eskaliert. Metal Sonic! Was? Was? Ja, ich bin bereit. Olle. Achso, warte mal. Feuer ist der Effekt gegen Start. Komm her. Oder Metal in dem Fall. Ciao. Jetzt aber, schick. Let's go. Schick. Ich bin bereit. Los. Du Dodgers. U30 Osuru. Und FFM Bowser. Mit dem Move. Mit dem Skillset. Oh mein Gott. Hier geht. Lang, schick. Ciao. Mach schön. Ja, schick. Muss schon ein bisschen mehr machen. Muss schon ein bisschen mehr machen. Okay, aber jetzt mal mehr. Ey, hier lang. Hier. FFM Bowser ist am Rennen. Er rennt. Oh, der. Auf die Ziellinie. Und FFM Bowser. Er rennt weit. Er rennt. Huh? Huh? Da waren wir noch gar nicht. Lol. Guck mal, die konnten wir letztes Mal nicht. Die konnten wir nicht dappen. Wenn ich die immer noch nicht dappen kann. Oh mein Gott. Die konnten wir damals nicht dappen. In den ersten Parts. Weil die zu stark war. Ich glaube, an sich musst du eh mal. Früher oder später gegen jeden Geist gekämpft haben. Und vielleicht. Vielleicht. Und wegen dem ganzen Hindernissen. Vielleicht kann es sein. krass. Was ist mit dir? Spritami. Die haben wir weggeboxt. Ich will jetzt sagen dir. Olimar. Wie geil der Announce immer alles so ausspielen. Oh lol. Olimar. Ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Olimar ist auch nicht schlecht. Ohne Spaß. Olimar sollte man vielleicht gar nicht mal unterschätzen. Olimar muss schon ein bisschen mehr zeigen. Wenn ich euch pushe. Olimar. Nettima. Ähm. Hm. Ja. Jetzt ist die Frage. Da können wir immer noch nicht hin. Wir schütteln müssen einen von den Geistern da in der Nähe befreien. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber da oben geht was. Stopp mal. Hey. Ah. Da. Guck mal. Ah. Okay. Ja. Aber kann halt echt sein, dass... Was das braucht. Ach. Da komme ich gar nicht weiter hier wo ich war. Da können wir gar nicht hin. Da brauchen wir noch einen Geist. Hm. Das man... Ist er doch irgendein Geist? Ne. Oh. Ah. Da sind wir auch eng geblieben. Ich erinnere mich dran. Doch. Logo. 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 Ph cuidado. Ph あります многosерь創... Richtig geil. Okay. Hux. Hux. Okay. Warum halten sie sich? Ippo Moku! Krass, Alter. Cool, sehr cool. Das ist doch geil, das ist doch wie am Schnürchen gerade. Ja, aber es ist weil wir jetzt bessere Geister haben. Okay. Und zwar, warte mal, wo waren die, haben die Geister geführt? Ah, na, na, na. Ah. Unsere Brückenbauer haben das geklärt. Naja. Oh, lol. Was sollen wir dahin? Oh, lol, es geht einfach. Oh, Young Link. Oh, nee. Wie jung, wie jung. Oh, wie schnell. Ja! Hey! Ah, ja! Wollen wir kurz was anderes aus den Bomken werfen? Oh, miau! Oh! Was ist mit dir? Gibt's doch nicht. Okay. Pipo-Bang, was? Okay. Oh! Okay. Ja! Okay, es rettiert sich einfach, wenn man einfach jeden Dabbt, sag ich mal. Was? Wie viele der sogar freigeschaltet hat? Geil. Okay, sehr schön, sehr schön. Heißt, ich werde wahrscheinlich... Wir müssen... Wir werden einfach alle Geister holen, sofern wir das können. Let's go, machen wir was. Und, wer ist hier? The Boss? Die hat 13,9. Aber, wartet mal, das passt mir an. Das passt uns nämlich an. Da war ein Giftboden, zudem holen wir uns Grodon her, weil wir haben einen Grodon-Typen-Vorteil. Proto-Grodon, sehr schön. Da war ein Giftboden. Kritsche Treffer, wir brauchen irgendwas gegen Gift. Um nie rafligen, ah, Klebeschutz, nein. Item, Schlaf, Gift-Schutz, Spezialstand, ne. Oh, Spezialstand, okay, nein. Klebeschutz, hier nicht, Sturm ist nicht, nein, Feuer. Gift-Resistenz, hier, warm. Dich nehmen wir auf jeden Fall, danke, dann. Die Dame, Speise, Schatten, Waffen. Er wird ihn auszeiten, ja, von dir, blablabla. Okay, nehmen wir noch von dir so. Leicht stärke Flammen. Ey, okay, wir haben Flammen, lass den wir einfach mal. Insofern ist es darauf aufhören, also ich ausdrücke, aber sollte es. Gift-Alarm. Oh, okay, okay, oh. Diese Dame, die smashed auch wieder. Warte mal, ich hab gedacht, ich hab Gift-Resistenz. Das ist doch grad nicht am Ernst. Oder hab ich das nicht ausgerüstet mit Groden und so? Hä? Hä? Game, auszeit bitte. Ja, jetzt versteht einer die Welt, ne? Okay, okay, das... Okay, okay, ich glaub, ich brauch Gift... Ja, nein! Boden, ich brauch glaub ich Schutz gegen Gift-Boden und Gift-Resistenz. Okay, da sind sie wohl wahrscheinlich genau hier. Okay, 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 okay. Okay, ich brauch wahrscheinlich den Gift-Boden. Gift-Resistenz ist nochmal was anderes, wie es aussieht. Okay, das ist nicht schön. Gift-Resistenz hier, lau. Ferris-Shan durch Gift. Ah, okay, das kommt mit dem Boden nicht gleich. Weil es gibt auch Klebe... Immun gegen Klebeböden und sowas. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich sowas überhaupt hab. Gift-Schutz macht Immun gegen Gift. Okay. Schwerkraft-Schutz-Feuer-Boden... Ah, sowas brauch ich wahrscheinlich. Gift-Boden-Resistenz und sowas. Also falls sowas in der Art hat. Weiß nicht, ob wir sowas eingesammelt haben. Um jetzt sein. Speise-Stack-Gift-Resistenz. Verleggen jetzt schon durch Gift, ne? Ah, Ausdauer... Was? Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Finde ich jetzt ein bisschen schade, um euch zu sagen. Ha. Ich hab keinen Gift-Boden-Schutz. Es wird schwer ohne Gift-Boden-Schutz, um euch zu sagen. Deswegen lassen wir das einfach mal vorerst. Ist nicht schlimm, aber ich merke mir das auf jeden Fall, dass sie hin müssen. Aber ja, es wird wirklich schwer ohne Gift-Boden-Schutz. Ähm. Ja. Okay. Ja! Rayman! Was? Was? Warte mal, was macht man mal fein? Ich würde mal einfach hoch. Was soll's, was soll's? Rayman, doch? Wer ist es doch? Was willst du denn? Hast du verlaufen oder was? Alter, das Ding hat so was von verlaufen, das sag ich dir. Nein, 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 nicht so super Sonny. Was? Alles klar nichts. Genau dies. Genau dies. Anyway. Dann wird ich mal sagen. nachteil ich nicht so schlimm falls die levels noch 2400 sagen nach dem kampf bereiten uns auf dem nächsten part vor grüßte ja was ist das gewesen super irgendwas naja okay was mit dem giftbogen muss auf jeden fall merken falls ich das finde dann haben wir hier noch eine rechnung offen aber außer davon würde ich sagen von den pass auf jeden fall für diese part wenn wir gehen noch kurz da hoch und ich würde gerne wissen was da oben ist und dann macht man schluss da sind wir das das auch bei dem wir noch ein kämpfer was ist hier das interessiert mich ok wir uns noch nicht schatzen zu machen heute habe ich mich jetzt schon mal fürs zusehen freunde wir sind dann auf dem nächsten part wieder und wir haben einiges freischalten können diesen part das war auf jeden fall angenehm und was bekommen wir stones nein sheriff helfer schreck was legende helfer schreck was nur ein platz erhöht angriffskraft gegen gegen helferdruck ja passt eine freunde lieben nach fürs zu sehen ich bedanke mich fürs zu sehen lieben zu sehen zu sehen zu sehen zu spaß okay bis zum nächsten mal